Geil. Hallösch. Eigenständig, ne? Da können wir aber auch nicht hin. Nee, ich dachte, da können wir nicht hin. Das würde mir gefallen. Nee, das ist interessant. Nein, du bist... Hast du gehört? Mich kürzt das immer, wenn du nicht hig. Oh, einmal frei, du. Du wirst alles. Eine Endstelle des Tals war eine Geschichte innerhalb der Schauplatz von Kempten und Blockaden. Für Rosmarie ist es einer der schönsten Abschnitte der Letzte. Wir müssen reichen die Felsen so dicht an dem Fluss. Ich sitze hier im Fluss mit dem See und blicke nach oben. Und wenn man lang diesen massiven Felsen nicht wehrt, da kommt man sich da sehr klein vor. Hm. Am liebsten ist Rosmarie mit sich in der Natur aller...